In diesem Zwischenzustand Mein inneres Kind schreit, ich bin immer noch Kind und ich will nie erwachsen sein Und ich denk, wir brauchen Kinder später, damit später, später jemand an uns denkt Brauchen wir mehr oder weniger Kinden? Brauchen wir mehr oder weniger Krippen? Damit sie weg sind oder mehr gegen Krippen, wenn sie da sind Brauchen sie dies oder das? Brauchen sie Krippen oder Kran? Brauchen sie Wasser oder Gras? Brauchen sie Plastik oder Glas? Fragen, Fragen, wieso, was halt, warum? Antwort, 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 Antwort Ein Ja ist ein Nein zu An den Alternativen Ein Ja ist ein Nein zu An was übrig bleibt Ein Ja ist ein Nein zu An den unbegrenzten Möglichkeiten Und da ist dein Nein, zu klein, zu klein. Ist das ne Zwischenstation? Geht's um unten oder oben? Geht's um Leben oder Leben? Wirfst du ne Münze, Kopf oder Zahl? Ohne Christoph Nummer sicher. Sicher ist, dass nichts sicher ist. Und wir legen die Karten aus der Hand und warten. Mal sehen, bis wir mit dem Rücken an der Wand stehen. Richtest dich nach Sonne, Mond oder Sterne? Machst alles, was er sagt oder machst du's gerne? Überlegst du noch oder lebst du schon? Glaubst du, dass Würfel fallen? Glaubst du, dass jemand deine Schuld vergibt? Glaubst du an Geld macht und zahlt? Dass du ansiehst, was du glaubst und liebst? Brauchst du einen Vater oder eine Mutter? Brauchst du einen Richter oder einen Henker? Eine Jury oder einen Kritiker? Einen Fieser oder Politiker? Fragen, Fragen, wieso, weshalb, warum? Antwort, Antwort, verantwort, antworten. Ein Ja ist ein Nein-To-Uhr, ein Alter-Team. Ein Ja ist ein Nein-To-Uhr, was glücklich bleibt. Ein Ja ist ein Nein-To-Uhr, ein Begriff ist unmöglich. Ein Ja ist ein Nein-To-Uhr, ein Begriff ist unmöglich. Klein, zu klein, zu klein, zu klein. Ein Ja ist so klein, zu klein, zu klein, zu klein. Ein Ja ist ein Ja ist ein Nein-To-Uhr, ein Begriff ist unmöglich. Ein Ja ist 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 ein Ja. Ja, ja.